CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach hat die unterschiedliche Abschiebepraxis der Bundesländer kritisiert. Alle Länder müssten die Rückführung von Ausreisepflichtigen mit gleicher Energie und Konsequenz betreiben, sagte er gegenüber der Passauer Neuen Presse. Bosbach sagte wörtlich, wenn der politische Wille fehlt, nützen Paragrafen wenig. Von einer künftigen Jamaika-Koalition erwartet sich der CDU-Politiker, dass eine einheitliche und konsequente Abschiebepraxis noch schwieriger wird. Das Problem sieht er dabei bei einem möglichen grünen Koalitionspartner. Zitat 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 Zitat